Wir sind in Gronde, einem Stadtteil der Gemeinde Emmertal. Dabei wird es heute weniger um die Stadt als um das Kernkraftwerk Gronde gehen. Wir behandeln dabei auch das Thema Atomangst der 80er Jahre und hangeln uns dabei am Werk Die Wolke von Gudrun Pausewang entlang. Wer sich mit solchen schweren Themen im Moment lieber nicht konfrontiert sehen möchte, dem oder der sind wir wirklich nicht böse, wenn ihr an dieser Stelle die Pausetaste drückt. Tja, da sind wir wieder. Genau, und vier Hühner. Zu den schönen Ecken, genau. Wir nennen sie Hanni, Nanni, Fanny und Randi. Der eine ist ein Hahn. Achso. Manni. Joe. Ja, wir sind auf dem Dorf. Und technisch weiterhin auf der Wesertour oder dieser Berglandtour. Allerdings geht es heute ein bisschen um etwas anderes. Auch nicht um Hühner eigentlich, aber die waren so schön. Die passen so schön zu der Dorfedelle, die wir jetzt hier einfangen. Das Geräusch. Das Geräusch. Das Geräusch. Das Geräusch ist einfach schön, was die Hühner machen. Ja. Ich würde ihnen gerne was geben, aber ich gehe davon aus, dass das nicht gewollt ist von den Besitzern und außerdem liegt da auch noch ein Apfel insofern. Aber jetzt haben sie auch keinen Bock mehr auf uns. Ja. Jetzt fragt ihr euch, was wollen diese Affen von uns? Genau. Thema der Folge ist, dass aus Sicht meiner Jugend diese Hühner möglicherweise einfach gar nicht mehr lebendig wären und die existieren würden, wenn das passiert wäre, wovor wir an den 80er Jahren Angst hatten. Müssen wir jetzt eine Triggerwarnung rausgeben? Weiß ich nicht genau. Muss man das machen? Das Thema ist ja auch nicht mehr so triggernd. Also hoffentlich. Nee, zum Glück nicht. Genau. Vielleicht habt ihr jetzt den Titel gelesen, dass wir in Gronde sind. Und Gronde kennt man ja auch. Man kennt so ein bisschen diese Kernkraftwerksortsnamen, oder? Das ist wie Autobahnradstätten und Autobahnkreuze. Ich muss sagen, ich kenne die nicht so. Echt? Aber das ist wahrscheinlich, weil du hier aufgewachsen bist, hast du eine entsprechende Blase als Blick und nimmst das wahrscheinlich dann auch ganz anders wahr. Ich bin ja einfach nicht in der Nähe von sowas aufgewachsen. Das nächste bei uns war halt Richtung Aachen. Und in der Nähe eines Kernkraftwerks wohne ich erst seit wir im Emsland sind. Ach ja. Es ist so 25 Minuten entfernt. Und das läuft noch? Nee, ne? Oder? Ich glaube, das Lingener Kernkraftwerk ist noch aktiv, ja. Ja. Zumindest sehe ich da regelmäßig die Wolken drüber. Also wenn sie das nicht aus irgendwelchen Gründen... Aus Nostalgie. Aus Nostalgiegründen befeuern müssen. Ich glaube, das ist zu teuer. Nee, nee. Das läuft noch. Guck mal, wie lange das noch läuft, weil... Morgen. Genau. Das ist derselbe wie eben gewesen. Das kann sein. Aber der sagt halt immer morgen. Wir sind auf dem Land. Auf dem Land begrüßt man sich noch. Das finde ich sehr schön. Ja, Grunde ist ja ein ganz kleines Dorf, über das wir auch gar nicht so direkt sprechen. Wir wollen das Startpunkt nutzen, um mal auf das Kernkraftwerk Grunde zuzulaufen. Das ist ja seit 1983 seinen Dienst verrichtet. Das Kernkraftwerk Lingen war ein Reaktor, steht hier übrigens. Okay. Aber warum ist dann der Kühlturm noch regelmäßig? Weil wenn man auch ein abgeschaltetes Kraftwerk weiter kühlen muss. Ach so. Mal gucken wann das... Abschaltung 05.01.1979. Das Ding ist nur bis 1977 gelaufen und war 1988 bis 2013 im sicheren Einschluss. Hä? Lingen. Kernkraftwerk Lingen. Da steht er oben drüber. Seit 1979 stillgelegt. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, dass das seit 40 Jahren vor sich hin dümpelt. Der steht hier so. Du guckst beim Falschen. Wie beim Falschen. Das heißt dann wohl Kernkraftwerk Emsland. Ach. Okay. Das muss... Es gibt da zwei also ja. Das Kernkraftwerk wurde als Ersatz für das 1977 stillgelegte Kernkraftwerk Lingen geplant und Anfang 1980er Jahre gebaut. Der Kernreaktor wurde am 14. April 1988 zum ersten Mal kritisch und nahm am 20. Juni 1988 den kommerziellen Betrieb auf. Also ich glaube kritisch ist bei einem Kernkraftwerk das Gute. Ja. Also zur Richtigstellung meine Damen und Herren. Das Kernkraftwerk, was ich immer als Kernkraftwerk Lingen bezeichne, heißt Kernkraftwerk Emsland und ist ein Ersatz für das frühere Kernkraft Lingen. Es steht aber immer noch in Lingen. Also eigentlich stehen da zwei Kernkraftwerke. Gut. Und eins ist seit 1979 stillgelegt und irgendwie immer noch im Abbau begriffen, weil naja, egal. Ja, warum ein Kernkraftwerk, wenn du auch zwei haben kannst? Das ist auch, wenn du schon mal eins gebaut hast. Es gibt ja auch viele mit mehreren Reaktoren und so weiter. Das daneben zu stellen ist dann immer leichter, weil die Bevölkerung schon daran gewöhnt ist und die Proteste hoffentlich durch sind und auch die Genehmigungen etwas leichter sind. Hier im Grunde allerdings steht nur ein Kernkraftwerk mit einem Reaktor seit 1983 und das soll nächstes Jahr stillgelegt werden. 2021, Ende 2021 ist ja dann auch Schluss mit der Stromerzeugung, aber noch nicht Schluss mit Strahlung. Genau. Und ich hatte dieses Thema schon relativ lange auf der Liste. Ursprünglich mal gedacht für die Gegend in Hessen, rund um Grafenreinfeld, Schlitz und so weiter. Und zwar bezogen auf einen Roman, den ich als Kind gelesen habe, so mit zehn, namens Die Wolke. Von Gut und Pause Wang. Ein Jugendroman. Viele kennen ihn wahrscheinlich auch. Insbesondere, wenn sie so ziemlich immer im Alter sind. Jüngere Menschen haben den vielleicht nicht mehr so stark gelesen. Das weiß ich nicht. Wobei ja zu dem ganzen Fukushima-Kram nochmal auch wieder neu aufgelegt und viel gelesen wurde. Und das ist ein Roman, der mir als Kind unglaublich viel Furcht bereitet hat, muss man so sagen. Und gleichzeitig natürlich auch mit diesem Kernkraftwerk Grunde, was etwa 20, 30 Kilometer von meinem Kinderwohnsitz entfernt die ganze Zeit stand, hat es also wirklich eine sehr, sehr starke Prägung hinterlassen. Und wir latschen jetzt gerade auf das Kraftwerk zu, was ich so noch nie gemacht habe, auf der alten Straße zwischen Emmertal und Grunde. Und während wir das tun, werden wir immer wieder mal so ein paar Passagen, sauber vorgelesen von Sven, aus dem Roman auch einsprechen, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, einerseits, was für ein Zeitgeist, aber auch welche Sorgen in den 80er Jahren eine Rolle gespielt haben. Und wie krass dieser Roman auch eigentlich ist. Weil es eben darum geht, dass wir die gleich hören, dass auf Seite 1, wie man so will, ein Kraftwerksunfall passiert in der Schule. Unsere Protagonistin ist in der Schule und muss dann alleine mit ihrem Bruder fliehen. Die Eltern sind weg und alles ist einfach mal super krass. Die Wolke Plötzlich heulte die Sirene. Herr Benzig brach mitten in seinem Kommentar zur neuen Französisch-Lektion mitten im Satz ab und warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Neun vor elf, sagte er. Komische Zeit für einen Probealarm. Es stand aber nichts davon in der Zeitung. Das ist der ABC-Alarm, rief Elmar, der Klassenbeste. Wahrscheinlich stand's doch wo und ich hab's nur übersehen, sagte Herr Benzig. Machen wir weiter. Aber kaum hatte er sich wieder in die Lektionen vertieft, knackte es im Lautsprecher. Alle blickten zu einem kleinen Quadrat über der Tür. Nicht die Sekretärin sprach, sondern der Direktor. Soeben wurde ABC-Alarm gegeben. Der Unterricht schließt ab sofort. Alle Schüler begeben sich auf schnellstem Wege nach Hause. Es folgten ein paar Sätze, die in wildem Lärm untergingen. Alle rannten zu den Fenstern und spähten hinaus. Soll wahrscheinlich wieder eine besonders lebensnahe Katastrophenübung sein, sagte Elmar und packte scheinbar seelenruhig seine Tasche. Aber Herr Benzig schüttelte den Kopf. Davon hätte ich gewusst, sagte er. Grafenreinfeld, Alarm in Grafenreinfeld, schrie jemand. Jana Bertha versuchte sich zu erinnern. Grafenreinfeld? War das nicht das Kernkraftwerk? Als sie das Schulgebäude verließ, hasteten ein paar Knirpse, Fünftklässler an ihr vorbei. Ohne nach rechts und links zu sehen, liefen sie über die Straße. Reifen quietschten. Ein Autofahrer hupte wild und schimpfte hinter den Kindern her. Offensichtlich wusste er noch nichts. Super-GAU. Jetzt erinnerte sich Jana Bertha. Damals, nach dem Unfall in dem russischen Kernkraftwerk, hatte man auch vom GAU geredet. Wochenlang. Sie war noch in der Grundschule gewesen und ihr war unbegreiflich geblieben, was ihnen der Lehrer über REM und Becquerel und radioaktive Strahlung zu erklären versucht hatte. Sie hatte sich nur den Namen des russischen Kernkraftwerks gemerkt. Tschernobyl. Und sie hatte begriffen, dass nun der Himmel und die Erde und vor allem der Regen irgendwie vergiftet waren. Wenn es regnete, durfte man in der Pause nicht auf den Hof. Logisch. Aber dann, nach Unterrichtsschluss, wurde man heimgeschickt. In den Regen hinaus. Den Vergifteten. Am ersten Tag hatte Jana Bertha sich weinend geweigert, das Schulgebäude zu verlassen. Der Regen war doch noch immer giftig. Im Wagen einer Lehrerin, die in ihrer Nachbarschaft wohnte, war sie schließlich daheim angekommen. Schluchzend. Und Oma Bertha hatte sie Dummerle genannt. Der Regen sei doch gar nicht giftig. Da hätten die Lehrer dummes Zeug erzählt. Inzwischen war Jana Bertha 14. Schülerin der 9. Gymnasialklasse und wusste mehr. Super-GAU. Das hieß, dass es einem Atomkraftwerk Radioaktivität entwich. In gefährlichen Mengen. Und so ein Atomkraftwerk stand in Grafenreinfeld. Wie weit war das eigentlich entfernt? Das hat sich sehr eingefressen für mich als Kind. Zumal ich auch irgendwann mal selber so einen ABC-Alarm erlebt habe. Wo auch der Lehrer von nichts wusste. Oh. Ja, also es ist jetzt die erste Passage reingekommen. Also es war auch der Lehrer von nichts wusste. Und sich vor meinem geistigen Auge die komplette Dystopie abspielte. So. Ich muss jetzt aufs Fahrrad. Ich muss meinen Bruder retten. Ich muss irgendwo hin, wo es sicher ist. Ich muss weg. Andere Richtung. Wo ist Krone? Andere Richtung. Wie wird der Wind? Wo ist die Wolke? Und so weiter. Und es hat ja keiner gesagt. Es war einfach so, hm, okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es sich dann aufgelöst hat. Wahrscheinlich war es dann nach ein paar Minuten irgendwie auch gegessen. Aber dieses Gefühl weiß ich nicht. Ich glaube, es hat sich wahnsinnig tief eingegraben. Und mich bis heute geprägt. Ja. Gut. Dann sind wir am Ende der Folge. Ihr kennt jetzt Cornelis Trauma. Nein. Lass uns auf dem alten Fahrradweg laufen. Der hier. Ich bin der Comic Relief dieser Folge. Liegt ein Baum auf dem Weg. Ich versuche die Stimmung nach oben zu treiben. Ja. Es ist nichts. Ich kann das komplett nachvollziehen. auch wenn ich es so nicht erlebt habe. Also A muss ich sagen, dass ich bis wir mal irgendwann auch in einem anderen Kontext darüber gesprochen haben, diesen Roman gar nicht kannte. Meine Atomangst oder was heißt Atomangst? Ich kann jetzt nicht sagen, dass mein Leben groß von oder meine Kindheit oder auch meine Jugend, Adoleszenz heißt das, glaube ich, wenn man belesen ist. Dass die in irgendeiner Weise von jetzt einer nachhaltigen Atomangst irgendwie geprägt war. Aber ich hatte ein ähnliches Erlebnis halt mit dem bekannten Film, wenn der Wind weht. Ja. Wo es ja jetzt nicht direkt um Kernkraftwerke, sondern halt um Atomangriffe geht. Aber trotzdem war immer so dieser Gedanke da, dass das schon etwas ist, vor dem man Angst haben sollte. Also was man in irgendeiner Weise respektieren meiden sollte. Klar, so in der unmittelbaren Umgebung eines Kernkraftwerkes zu wohnen. Darüber habe ich mir halt wirklich erst Gedanken gemacht, als dann irgendwann mal ein Familienmitglied mich gefragt hat. Ja, jetzt, wo ihr im Entschland wohnt, da seid ihr ja jetzt auch im Einzugsgebiet von so einem Meiler. Und ich so, hä, wie, warum? Meiler ist auch so ein Wort, ja. So, ja, da ist doch hier das Kernkraftwerk da in Lingen, ne? Und ich so, ach so. Ja, nee, danke. Aber jetzt habe ich noch eine Angst in meinem Leben, die ich nicht brauchte. Also unser modernes, wo man früher irgendwie nur Angst davor haben musste, vom nächsten Wolf oder den nächsten Bären gefressen zu werden. Oder Blitz. Da haben wir es in der modernen Welt irgendwie geschafft, uns mannigfaltigste Ängste aufzubauen, weil wir so viele Probleme von früher gelöst haben. Also jetzt fressen uns höchstens noch, wenn man im Zoo über einen Zaun klettert, irgendwelche Bären. Ja, okay, sei denn ihr seid Trapper irgendwo in Sibirien. Ja, wahrscheinlich sagen jetzt Leute in den Kommentaren, da gibt es keine Bären. Ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Und jetzt haben wir halt Atomangst. Und, oder hatten das zumindest. Und, ja. In den Köpfen von Kindern. Hast du dann mal mit deinen Eltern irgendwie über diese Ängste oder irgendwie über diese Ängste damals gesprochen? Ich glaube nicht gut. Also ich fürchte fast, dass meine Eltern die gleichen Ängste hatten und das irgendwie auch weitergegeben haben. Weil viele in der Zeit diese Ängste hatten. Es war ja auch Tschernobyl passiert ungefähr. Ein Jahr vor dem dieser Roman erschienen ist. 1986 ist das ja passiert. Die Serie habt ihr alle gesehen. Und 1987 ist dann die Wolke als Buch rausgekommen. Also es war ja auch irgendwie alles gleichzeitig. Tschernobyl, Kraftwerks Demos hier, Kalter Krieg und Atombomben. Fußnote es gibt. Moin. Ein weiteres Buch von Gudrun Pausenwang. Die letzten Kinder von Schäfenborn. Was fast noch härter ist, weil es halt darum geht, dass Deutschland in einem Turmkrieg verwüstet wird. Und wieder Kinder. Das letzte Überleben. Als Jugendroman total gut. Das hat sich ja irgendwie alles so aufgeladen. Und die Gespräche waren... Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es irgendwelche beruhigenden Gespräche gegeben hätte. Von wegen, ja vielleicht schon mal sowas wie, ja das ist alles sicher und hoher Standard. Ein sehr neues Kernkraftwerk, das ist hier tatsächlich eines der neuesten, die in Deutschland gebaut wurden. Das war schon damals oft einmal so ein Narrativ hier in der Gegend, dass unseres eines der besten ist. Fußnote, wir hatten das schon in der Weser Berglandtour. Es geht weiter unten in der Weser. Gab es auch ein Kraftwerk namens Würgassen. Also der Name allein ist schon sehr beunruhigend, finde ich. Und das war eines der ältesten. Das lief damals natürlich auch. Damit war das mit der Runde, ist alles super und schön. Und da hinten, das sind glaube ich nur 50 Kilometer oder 40, wie auch immer. Du bist jetzt gefahren. Ein bisschen albern und Würgassen. Wir sind als Kind mal dran langgefahren. War einfach nur so eine Bretterbude in meiner Erinnerung. So ein düsterer Kasten. Nicht mit dieser schönen, irgendwie auch sicher aussehenden Kuppel. Sondern einfach nur so ein brauner Kasten. Womit wir kurz noch einen Punkt aus unserer Folge in Bad Karlshafen klären können, wo ich auf das gelbe W aufmerksam gemacht habe. Genau. Das hat natürlich was mit dem abgeschalteten rückgebauten Kraftwerk zu tun. Ja. Und dem Endlager. Also es ist jetzt zur Zeit geplant in Würgassen ein Zwischenlager. Oder Leutlin ist glaube ich auch Endlager, aber ein Zwischenlager einzurichten, wo ein großer Teil der deutschen radioaktiven Abfälle zwischengelagert werden sollen. 90 Prozent las man. Das ist der wesentliche Punkt. Und das ist das, was man jetzt gerne verhindern möchte, dass wo das Kraftwerk schon stillgelegt, abgebaut und rückgebaut ist. Eigentlich weitestgehend rückgebaut ist. Für übrigens eine Milliarde Euro. Da steht zwar das Gebäude noch rum und die Anlage ist noch dem Thema Kernkraft gewidmet. Also man kann da noch kraftwerkskernkraft... Nee. Man kann da noch radioaktive Dinge. Darf man da noch machen. Deswegen ist das immer so verführerisch und entsprechend dort noch Zeugs zu lagern. Man darf da noch radioaktive Dinge machen. Genau. Wir haben hier ein Zertifikat. Sie dürfen hier radioaktive Dinge machen. Ja. Ich denke kurz an den Roman, wir können hier was einspielen. Jana Berthas Befürchtungen hatten sich bewahrheitet. Sie ist auf der Straße und auf der Flucht. Flucht vor Radioaktivität, die aus dem nahen Kernkraftwerk Grafenreinfeld austritt. Jedoch von ihren Eltern getrennt. Und sie muss sich mit ihrem kleinen Bruder Uli alleine durchschlagen. Die beiden entdeckten auf der Straße zwei abgestellte Wagen. Sie waren leer. Und kurz hinter Bayershausen ließ eine Familie ihren Wagen mitten auf der Fahrbahn stehen und stiegen einen anderen um, in dem Freunde oder Verwandte sitzen mussten. Die nachfolgenden Fahrer schimpften hinter den Flüchtenden her. Jana Bertha musste an eine Demonstration in Bibelis denken. Eine Einheimische hatte mit aufgestütztem Kinn im offenen Fenster gelegen und die Demonstranten bespöttelt. Da hatte Jana Berthas Mutter ihr zugerufen. Und wenn eines Tages das große Sterben über sie hereinbricht, werden sie dann auch noch so am Fenster liegen? Das große Sterben. Jana Bertha versucht es sich vorzustellen. Sie hatte Bilder von Hiroshima gesehen, hatte von Haarausfall, von Blutungen und Wucherungen, von Leukämie und unstillbarem Brechreiz gehört. Von all diesen Schrecklichkeiten. Und von all diesen erschien ihr der Haarausfall am allerschrecklichsten. Sich mit einem Kahlkopf neugierigen, mitleidigen Blicken aussetzen zu müssen. Schrecklich. In Asbach versuchten die Leute, die vor Oberwegfurt auf die andere Talseite ausgewichen waren, wieder auf die Bundesstraße zu kommen. Eine Doppelschlange, die durch das ganze Dorf bis auf die andere Talseite reichte, staute sich vor der Kreuzung, auf der fünf Fahrzeuge ineinander verkeilt standen. Darunter ein Bus, mit Anhänger. Der Lichterloh brannte. Auf den Bürgersteigen beiderseits der Kreuzung gestikulierten die Insassen der Wagen und schrien durcheinander. Es stank nach verbranntem Lack und Gummi. Und die Buspassagiere, ältere Leute allesamt, Kaffeefahrtgäste, standen verängstigt am Straßenrand. Stau auf der Hauptstraße. Stau auf der Nebenstraße. Uli hielt sich vor dem Hubkonzert die Ohren zu. Breitbeinig stand er über seinem Rad und starrte in die Flammen. Wir müssen weiter, sagte Jana Bertha mit einem Blick über die Schulter. Von Bad Hersfeld her näherte sich ein grün-weißer Polizeiwagen. Niemand machte ihm Platz. Er quetschte sich am Straßenrand entlang. Vor der verstopften Kreuzung bremste er und stellte sich quer. Drei Polizisten sprangen heraus. Einer hielt sich ein Megafon vor den Mund und schrie. Die Bundesstraße 62 ist von hier bis Bad Hersfeld ab sofort für jeden Verkehr gesperrt. Die Stadt wird evakuiert. Wir wollen zum Bahnhof, schrie jemand. Das hat keinen Zweck, brüllte der Polizist mit dem Megafon. In der Stadt herrscht Panik. Der Verkehr ist zusammengebrochen, auch auf den Ausfallstraßen. Nichts als Blöff, rief ein Mann. Märchen. Und wo bitte schön sollen wir hin, kreischte eine Frau. Halt, schrie der Polizist durch das Megafon. Hier kommt niemand durch. Das werden wir ja sehen, rief der Mann, der am Steuer eines Mercedes saß und hielt auf den Polizisten zu. Jana Bertha sah, wie der Polizist seine Pistole zog. Komm hier weg, sagte sie zu Uli. Wir versuchen es über einen Feldweg. Sie fuhren auf einem schmalen Weg am Ortsrand dahin, als sie Schüsse und Geschrei hörten. Schießen die welche tot? rief Uli über die Schulter zurück. Die haben sicher nur in die Luft geknallt, antwortete Jana Bertha, warf einen Blick zu einer aufziehenden Gewitterfront hinüber und ließ Uli stehen bleiben und sich seine Jacke wieder anziehen. Sie zog ihm die Kapuze über den Kopf und schlüpfte auch in ihre eigene Jacke. Hinter den letzten Häusern stießen sie auf einen hohen Bahndamm, der parallel zur Bundesstraße auf Bad Hersfeld zulief. Ein schmaler Weg trennte den Damm von den Feldern. Jana Bertha entschloss sich, diesen Weg einzuschlagen. Ihn würden sie für sich alleine haben, denn er war zu schmal für Autos. Sie fuhr jetzt neben Uli. Das Gras auf dem Weg wucherte hoch. Sie mussten langsam und vorsichtig fahren. Uli schnaufte und wischte sich mit dem Arm über Augen und Nase. In der Ferne hörte Jana Bertha Motorengeräusche. Sie drehte sich um und sah, dass eine Wagenkolonne von der Straße herüberzukommen versuchte. Der Feldweg wurde immer schmaler. Von beiden Seiten wucherten ihn Brennnesseln fast zu. Sie peitschten Uli ins Gesicht. Dann löste sich die letzte Spur des Weges in einer Vielkoppel auf. Sackgasse. Uli klammerte sich an sie und sie umarmte ihn. Was nun? Zurück ins Dorf, um einen anderen Weg nach Norden zu suchen? Da hörten sie Motorengeräusche hinter dem Bahndamm. Sie hoben die Räder auf und zerrten sie die Böschung hinauf. Jana Bertha stolperte und rutschte wieder ein Stück hinunter. Uli war zuerst oben. Jana Bertha, rief er aufgeregt. Da unten ist ein toller Weg, fast so gut wie eine Straße. Sie schob das Rad über den Rand der Böschung, sah, wie sich Uli jenseits der Eisenbahnschwellen auf den Sattel schwang, hörte, wie unten ein Auto vorbeifuhr. Während sie ihr Rad über die Schwellen hob, fiel ihr das riesige, blühende Rapsfeld hinter dem Damm auf, das vorher ihrem Blick verborgen gewesen war. Wie es leuchtete. Dann sah sie noch, wie Uli triumphierend die Arme hob, bevor er die jenseitige Böschung hinunter seinem Rad freien Lauf ließ. Vorsicht, rief sie. Du kannst doch nicht durch den losen Schotter. Da flog er auch schon kopfüber vom Rad, hinunter auf den breiten Weg, auf dem in hoher Geschwindigkeit ein Auto herangeschossen kam. Das Fahrrad überschlug sich. Uli's Teddybär wurde vom Gepäckträger geschleudert und blieb am Fuß der Böschung liegen. Uli, schrie Jana Bertha. Der Fahrer des Autos bremste nicht. Es gab einen dumpfen Schlag und der Wagen raste weiter, einen Staubschweif hinter sich lassend. Starr vor Entsetzen stand Jana Bertha auf dem Bahndamm. Die Staubwolke hatte sich verzogen und dort unten lag Uli. Nicht weit von ihm lag sein Teddy, daneben das Fahrrad. Nur die Lenkstange war verbogen. Das Vorderrad drehte sich noch. Uli's Kopf, von der Kapuze umhüllt, lag seltsam flach in einer Blutlache, die sich zusehends vergrößerte. Jana Bertha warf das Rad hin, stürzte die Böschung hinunter und kauerte sich neben Uli. Sie streichelte seine Hand, die noch ganz warm war. Sie drehte sich nicht nach der Autokolonne um, die vom Dorf herankam. Hier lag Uli. Hier konnte niemand vorbei. Sie blieb mitten auf dem Weg hocken. Der vorderste Wagen bremste. Ein bärtiger Mann und eine rotblonde Frau stiegen aus. Hinter ihnen wurde wütend gehupt. Immer mehr Hupen lärmten. Der rotblonde zog Jana Bertha hoch. Ihr wolltet wohl auch auf den Bad Hersfelder Bahnhof, sagte sie. Steig ein, sagte der Bärtige. Wir nehmen dich mit. Meine Kinder rücken ein bisschen zusammen. Uli muss mit, sagte Jana Bertha. Uli? fragte die Frau. Du meinst? Jana Bertha warf den Kopf zurück und sah die Frau mit einem wilden Blick an. Er ist mein Bruder, schrie sie. Du kannst ihm nicht mehr helfen, sagte der Bärtige leise. Das Hupkonzert wurde immer lauter. Eine Stimme schrie. Mach den Weg frei, oder wir helfen nach. Er muss mit, sagte Jana Bertha. Er muss mit. Die verlieren die Nerven, rief der Bärtige. Er warf Uli's Fahrrad auf die Böschung, hob Uli auf, ging ein paar Schritte ins Rapsfeld und legte ihn dort nieder. Als er zurückkam, war sein Hemd voller Blut. Nein! schrie Jana Bertha. Nein! Sie wollte ins Rapsfeld laufen, aber die Frau hielt sie fest. Jana Bertha versuchte sich loszureißen und schlug um sich, bis ihr der Bärtige eine schallende Ohrfeige gab. Da knickte sie zusammen und ließ sich widerstandslos in den Wagen tragen. Erschreckt rückten die drei kleinen Mädchen im Fond zusammen. Schnell! rief die Rotblonde. Die fallen doch über uns her! Der Mann und die Frau warfen sich auf ihre Sitze, schlugen die Türen zu und fuhren davon, gefolgt von der Kolonne. Der Aufenthalt hatte kaum mehr als drei Minuten gedauert. Die beiden schwiegen. Auch die Kinder blieben stumm. Jana Bertha nahm nichts mehr wahr. Erst als der Wagen neben der Fulda auf einer Wiese hielt und die Frau die kleinen Mädchen herauszerrte, hob sie den Blick. In der Nähe standen Häuser. Das musste Bad Hersfeld sein. Es donnerte. Du musst mitkommen, sagte die Rotblonde zu ihr. Hier bist du verloren! Sie reichte ihr die Hand und Jana Bertha tat, was von ihr erwartet wurde. Aber sie hörte alles, was die anderen sprachen, wie durch eine dicke Wand. Die Straße, durch die das Mädchen fährt und ihren Bruder verliert, irgendwie ist das so ein bisschen. Das passt hier gerade ganz gut, auch wenn man sich hier diese Fahrradweg anschaut. Die Szenerie ist irgendwie so ein bisschen seltsam. Hier ist eine super breite Straße, gemessen an, dass wir zwischen zwei Feldern stehen. Und hier am rechten Rand ist halt ein Weg, aber der ist schon total überwuchert und total übermoost. Und da hinten ist auch plötzlich ein Busch, da hört der Weg irgendwie auf. Ja. Und da hinten liegt irgendwie, also das sieht nicht so aus, als wenn ein Ast runtergefallen wäre, sondern als hätte da irgendjemand Baumschnitt einfach so zwischengelagert. Also dieser Weg scheint für nichts gut zu sein. Es wäre nicht schwer, hier so eine Szene zu drehen, Menschen fliehen von dem Kernkraftwerk. Machst noch irgendwie so ein bisschen einen Farbfilter drüber und vielleicht noch ein paar Risse in den Reaktor, machst dann so ein Loch rein und die Szene ist fertig. Also man könnte hier mit wenig Geld einen solchen Film drehen. Und ich muss gerade an Dark denken, die Serie, die ja jetzt auch viel Aufmerksamkeit bekommen hat in den letzten drei Jahren, glaube ich, in zwei, drei Jahren, wo man irgendwie auch ein Kernkraftwerk irgendwo, wie heißt der Ort, Winden, Winden, genau Winden, lustigerweise mitten in die Pampa gestellt hat, ohne Fluss. Merke, Kernkraftwerke, eigentlich immer am Fluss. Und ja, das System hat dann doch wieder so ein bisschen aufgetaucht in den letzten Jahren. Und da gibt es dann noch die lustige Anekdote zu, dass das Kraftwerk in Winden, also was in der Serie Dark mit einer der Protagonisten eigentlich fast schon ist, also dieses Kraftwerk, dass das auf dem besagten Kernkraftwerk Emsland, was ich immer als Kernkraftwerk Lingen bezeichne, basiert, weil die Showrunner in der Gegend aufgewachsen sind. Also für die ist diese, wahrscheinlich auch diese Atomangst in gewisser Weise prägend für die Serie gewesen. Ja, auf jeden Fall, um noch mal kurz auf diese Straße zurückzukommen, die wir eben beschrieben haben. Es ist halt eine sehr breite Straße, also sehr breit. Also ich stelle euch auch bitte keine achtspurige Autobahn vor. Aber ich finde dafür, dass sie halt mitten zwischen zwei Feldern ist, also locker zwei Fahrspuren hier und wahrscheinlich um irgendwelche Transporter hier durchzukriegen, ohne dass die Fahrprobleme kriegen, whatever. Und ja, wie gesagt, dieser Weg hört einfach da vorne an diesem Busch, an dem wir jetzt gerade vorbeigegangen sind, auf. Und jetzt säumen hier halt Bäumchen so links und rechts den Weg. Und das sind schon, was hast du eben gesagt, zwei Kilometer? Eins Komma bisschen, ja. Von der Stadt halt etwas außerhalb. Als würde man nochmal so demonstrieren wollen, ja, so ein bisschen Sicherheitsabstand geben wenn das Ding hochgeht, ihr noch 1,5 Sekunden länger über euer Leben sinnieren könnt. Also es wirkt wie so ein Pseudo-Abstand irgendwie. Klar, das Ding ist natürlich jetzt auch einfach mega hässlich und man möchte nicht, dass… Hast du nicht vorhin gesagt, das ist schön? Ja, aber jetzt so aus Ästhetik, mit dem, in der ich wohnen möchte. Ja gut, das stimmt. Das eben war nicht in der Folge, wenn ihr euch jetzt fragt, wo ich das gesagt habe, sondern das war auch unsere Autofahrt hierhin, wo wir das Kraftwerk einmal umrundet haben. Ja. Und da sagte Cornelis so, ja, nee, was hast du gesagt? Oder wir haben glaube ich in Frage gestellt beide so, ist das schön irgendwie? Und ich sagte, ja, ich muss jetzt einfach mal so aus ästhetischer Sicht, wenn ich das Ding als entortetes oder nicht verortetes Objekt sehe, finde ich so diese Ästhetik der Türme, wo oben der Wasserdampf rauskommt, in so einer grünen Landschaft, irgendwie hat das was auf so eine abstrakte Betrachtungsweise. Ich möchte nicht neben so einem Ding wohnen. Einfach weil du dann permanent Wolken am Himmel hast und die natürlich auch in Schatten werfen und die dir irgendwie, also so richtig schön ist das natürlich auch nicht. Und zu so einem Kernkraftwerk gehören ja auch nicht nur die beiden Kühltürme. Und ich muss sagen, das Kraftwerk hier hat schon echt sehr hübsche Kühltürme. Also die sind so richtig, die haben halt so einen simplistischen Ansatz irgendwie. Da sind keine großen Schnörkel dran, die sind sauber, die sind nicht irgendwie von Wind und irgendwas oder Autobahnen daneben verdreckt. Aber der Rest des Kraftwerks, der auch noch dazugehört, die ganzen operativen Räume und da, wo der eigentlich Reaktor sitzt und diese Kuppel da hinten und sowas, das ist jetzt nicht so schön, muss ich sagen. Also über die Kuppel könnten wir uns noch unterhalten, aber diese gelblichen Gebäude, die sich da jetzt ducken, die wir hier sehen, das ist natürlich nicht schön. Ja. Und wenn man so ein Ding komplett unterirdisch bauen würde, wäre vielleicht hübscher, aber… Augenzante Idee, ja. Ich glaube, Hübschigkeit ist nicht ein Ausdruck oder nicht eine der Primäraufgaben beim Bau von so einem Kraftwerk, sondern da ist irgendwie Industriedesign am Start, dass man möglichst die einzelnen Module, die so ein Ding halt braucht, einfach da in das Stück Land, was man dafür gekauft hat, hinknallt. Und das ist wahrscheinlich… Ich muss ja immer dazu sagen, dass ein Großteil meiner Stadtplanungsbildung auf SimCity stand und da baut man halt so ein Kraftwerk auch nicht direkt neben dem Wohngebiet. Da zieht man erst so eine lange Straße. Das ziehen alle weg. Und wenn man will, dann macht man halt noch irgendwie so zwischen dem grünen Wohngebiet macht man noch so ein blaues Gebiet, also so ein Gewerbegebiet und dann macht man das gelbe für die Industrie und dahinter setzt man das Kraftwerk. Weil der Industrie ist dann im Zweifelsfall egal, die freut sich nur darüber, dass sie Strom kriegen. Strom mit geringer Latenz. Das ist dann billiger, wenn der direkt ab Werk quasi Werks verkauft. Ich glaube nicht. Stromwerks verkauft, ja. Aber eigentlich ist es logisch. Je weiter man von dem krafterzeugenden Ding weg wohnt, desto teurer müsste der Strom eigentlich sein, weil die Transportkosten ja höher werden. Aber da das ganze ein Netzwerk ist, ist alles nicht so einfach. Genau. Wir kamen übrigens drauf, weil du meintest, hm, die Kernkraftwerk wäre doch noch so eine moderne Technik und es würde sich so neu anfühlen. Dieses Kraftwerk steht jetzt hier seit 37 Jahren, glaube ich. Das sagt dich auch eben auf der Fahrt hierhin. Ja, genau. Dass sich für mich Kernkraft immer noch so neu anfühlt. Und es hat ja auch noch diese doppelte Ikonographie. Einerseits eine Art von Aufbruch, saubere Energie und auch etwas. Es entstammt ja auch der Zeit und das ist auch etwas, was mir ganz stark bewusst wird, wo wir das Gefühl hatten, ständig neue Technologien. Wir haben die Technologien im Griff. Wir können damit alle Probleme der Menschheit lösen. Es geht immer noch nach vorne in großen Schritten. Wir müssen einfach nur große, tolle Anlagen bauen. Wir hatten das, glaube ich, auch letztes Jahr in Belgien im Atomium. Also dieser Aufbruchsgeist, dieser jetzt haben wir die Kriege überwunden. Jetzt haben wir die Energieprobleme überwunden. Jetzt bauen wir uns die Welt, so wie sie uns gefällt. Und das ist alles überhaupt kein Problem. Bis dann die Probleme anfingen. Und dann ist auch diese Ikonographie gekippt in dieses typische Bild von Kühlturm plus Kuppel und Schornstein gleich schlimm. Was die Atomkraftgegner ja auch dankend aufgenommen haben, was ihnen diese echt schöne Ikonographie geliefert hat. Die älteren Kernkraftwerke, die einfach nur so einen Kasten waren, hätten damit eben nicht so gut harmoniert. Wobei gut, Kühltürme hatten sie auch. Also es ist schon sehr, sehr, sehr aufgeladen. Und auch gerade, wenn man in der Region aufgewachsen ist, gibt es auch noch eine spannende Geschichte, die ich vielleicht nochmal hier auch mit einem Foto gleich belege. Im Vorwort von der Wolke schreiten mich gut um Pause fangen, dass sie versucht hat, an Katastrophenschutzpläne zu kommen, weil sie nie welche bekommen hat. Ich so, hm, ich mal gerade auf einem. Ich glaube, man darf das mittlerweile erzählen, weil das einfach verjährt ist. Mehr als 30 Jahre ist das her. Über den Beruf meines Vaters war es tatsächlich so, dass wir wohl einen Fehldruck bekommen hatten von Katastrophenschutzplänen zum Kernkraftwerk Grunde. Das war sehr fatal. Mehrere Tausend, also in meiner Erinnerung waren das Mannshohe Stapel an Papier. Und um Geld zu sparen, haben wir auf den Katastrophenschutzplänen Rückseiten unsere Kinderzeichnungen von Treckern und Blumen gemacht. Und du wunderst dich, wo deine Ängste herkommen. Konntest du denn wenigstens, hättest du im Fall einer Evakuierung denn auch gewusst, wo du hin musstest? Oder waren die Fehldrucke so fatal falsch, dass diese Zeige in die falsche Richtung... Ich weiß nicht, was daran falsch war. Das Problem war aber, dass immer gleich 500 von einer Seite kamen und die waren einfach nicht... Es gab halt keine vollständige Ausgabe, ne? Ja, natürlich. Wenn man so eine Offset-Maschine anwirft und dann so druckt, dann kommen da erstmal 500 Stück raus. Genau. Das ist kein Scherz, liebe Community, sondern das ist tatsächlich so. Bei Offset-Maschinen geht nicht so Druck mal eins, sondern die muss erstmal warm laufen, dann kommen da 30 Stück raus, und dann sind die alle erstmal nicht zu bewerten. Dann muss man warten, bis dann der erste Richtige kommt und dann kannst du die auch nicht direkt anhalten, sondern dann floddern da mal direkt so 100 Stück durch. Ich hab dir ja eins davon geschickt. Ich weiß nicht, ob du es mal gelesen hast. Hattest du? Ja. Es sah so aus. Achso, doch, natürlich. Ja, ja, ja. Alarmstufe, Katastrophen. Bei einem Plan dachte ich gerade wirklich an so einen schematischen Plan. Nee, nee, nee. Das war jetzt nur langweiliger Text, in dem dann so Kapazitäten von Turnhallen genannt wurden, wo dann Menschen zum Duschen hingeführt werden sollten. Und hier zum Beispiel geht es darum, für die Ausgabe von Kalium-Iodid-Tabletten ist folgende Zuständigkeitsverteilung zu beachten. A, für die Bevölkerung, verteilen die Gemeinden nach eigenem Plan. Nur mal kurz zur Einortung. Wusste dein Vater, dass du, also konntest du da schon lesen, als du die Dinger zum Malen bekommen hast? Nee, ich war jetzt zehn. Wie gesagt, ich hab bei Gud und Hausenwang vorwärts gelesen, dass die die eine bekommen hätte. Ich so, hey, ich kann dir welche schicken, ich hab die hier. Also, dein Vater hat sich einfach gedacht so laut, boah, das kann der Bub verarbeiten. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht war es doch also die Kostenersparnis. B, für eigene Einsatzkräfte, einschließlich Verbindungspersonal und Mitarbeiter, verteilt die Kreisverwaltung Hameln-Pyrmont nach eigenem Plan. Vergleiche 6-3. Und C, für Einsatzkräfte der im Landkreis Hameln-Pyrmont stationierten Fachdienste sowie für herangeführte Kräfte, verteilt die Polizei und die Trägerorganisationen nach eigenem Plan. Wie gut das wohl funktioniert hätte, ne? Über Transport und Unterbringung von strahlenüberexponierten Personen. Ist nach Lageentwicklung und nach vorheriger Absprache mit der infrage kommenden Krankenanstalt zu entscheiden. Krankenanstalt. Strahlenüberexposition. Das ist halt wirklich krass, oder? Sehr froh, dass da nicht mehr Invalidenhaus stand. Ja. Was an dieser Geschichte die Wolke so interessant ist, dass sie, glaube ich, auch der ganzen Entwicklung in Japan sehr ähnlich ist. Weil drumherum, das Land hat irgendwie weitergemacht, ne? Es wurden halt irgendwie Sperrzonen definiert, mehrere Stufen wurden definiert, was sie wahrscheinlich damals auch versucht hat, aus diesen Plänen entsprechend zu entnehmen. Und irgendwann kann man auch wieder so ein bisschen zurückkehren. Die Eltern sind halt dummerweise irgendwann tot. Der Bruder sowieso, wie wir gehört haben. Und die Tante lebt halt, glaube ich, noch in die Oma, weil sie auf Mallorca war. Gut. Ja. Ich verstehe ja ehrlich gesagt nicht, warum man sowas als Kinderbücher macht. Genau. Das ist gerade die Frage, die ich eben auch stellen wollte. War das gut? Ich meine, klar ist das eine klare politische Message damit verbunden gewesen, die nicht nur auf die Kinder gestrahlt hat. Ja, aber was ist der Gedanke dahinter? Also, ja. Die Kinder darauf sanft vorzubereiten, so, das könnte euch passieren. Bitte werdet damit. Oder ist das ganze Buch so eine Art von Protestkonzept unter dem Motto, ich bringe das jetzt mal raus, um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen. Und bringe das auch im kindgerechten Format raus, damit das für die Bevölkerung umso schockierender wird, dass Kinder quasi noch näher an das Thema herangerückt werden, damit sich Eltern darüber Gedanken machen und sagen, das will ich nicht für mein Kind. Also, ich will nicht, dass nicht mal die Möglichkeit entsteht, dass Geschichten mit diesem Thema für meine Kinder erstellt werden. Also, das wäre mal ein sehr interessantes Ding. Erlebt die Dame noch? Die ist gestorben dieses Jahr. Schade. Mit 92. Immerhin, respektives Alter. Hätte ich jetzt fast gesagt, wir müssten mal gucken, ob man die nicht für ein Telefoninterview bekommt. Also, hier kann ich noch eine andere Geschichte einfügen. Die Angst, Kultur der 80er Jahre, die auf mich so gewirkt hat, das war eben nicht nur Kernkraftwerke und Strahlenangst, sondern auch Waldsterben damals. Und da gab es auch einen Film von einem Autor, der für den hessischen Rundfunk einen Film produziert hat, namens Karl Schlag, der Waldreport 2010, glaube ich, wo er eine Welt zeigt ohne Wald mit so damals hochmodernen Fotosimulationen oder Videosimulationen. Und den Typen habe ich mal angerufen tatsächlich dann später, weil das ja nicht so ganz so eingetreten ist. Kann man sich jetzt aktuell wieder streiten. Aber er hat dann damals gesagt, das war auch schon im Jahre 98, er hätte nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Das war damals der Stand der Wissenschaft. Und es war wichtig, eben diese Nachricht zu bringen. Er wollte damit wirklich nur aufklären und nicht irgendwie verstören oder sowas. Also, er hat das wirklich eine Überzeugung getan, dass es der gesamten Situation hilft. Und ich denke, dass Gut und Pausowang das eben auch so versucht hat. Aber das hatte ich dann noch mal bei einigen Kommentaren gefunden, weil bei Amazon, das hat einfach auch anscheinend vielen Menschen in meinem Alter ernsthafte, das Wort des Traumata vielleicht, ist zu stark gegriffen, aber es ist halt so tief und den Geist eingesickert, dass es nicht ohne Folgen geblieben ist, nicht ohne wiederkehrende Grübeleien, vielleicht auch eine gewisse Haltung, die auch wiederum ganz gut ist. Aber viele Menschen sind nicht ganz frei von Ängsten, die sich dann irgendwie auch verselbstständigen. Und gerade in diesem Jahr ist das was, was ich durchaus wieder mehr gemerkt habe. und haben einen solchen Nährboden, der durchaus mit solchen Büchern und solchen Filmen und Medien verknüpft, die man als Kind dann schon rezipiert und mitbekommt. Ich finde das sehr schwierig. Also ich würde vielleicht heutzutage einem zehnjährigen Kind nicht mehr so einen Disziplin-Roman geben, was es eindeutig ist. Es ist einfach in einfachen Worten beschrieben, was ansonsten in schlimmen Katastrophenfilmen für Erwachsene gezeigt wird. Ja, aber auch heute gibt es ja durchaus Jugend. Also diese Young Adult-Genre-Nummer, die ist ja die letzten Jahre auch durchs Dorf getrieben worden, wo dann auch sämtliche dieser Filme, sei es die Tribute von Panem oder The Maze Runner oder wie hieß es Divergent und sowas, das sind ja alles dystopische Zukunftsszenarien, in denen halt Jugendliche oder Kinder in irgendeiner Weise ja etwas durchleiden müssen und irgendwie ihnen die Zukunft verbaut wurde oder wie auch immer. Also ich verstehe immer noch nicht, warum... Also wann ist der Punkt erreicht, wo man irgendwie Kinder so sehr aufs Leben vorbereiten muss, dass man ihnen solche Dystopien als Freizeitliteratur irgendwie gibt? Also ich sage ja nicht ganz im Gegenteil. Ich sage natürlich muss das in irgendeiner Weise thematisiert werden. Ich verstehe nur den Gedanken nicht, das halt in ein Buch zu packen. Vor allem wird dieses Buch dann auch oft unreflektiert gelesen. Also da gibt es dann nicht unbedingt einen Lehrer, der es begleitet oder eine Unterrichtseinheit. Wir hatten es ja vorhin auch im Vorgespräch, dass Kernkraft durchaus auch positive Aspekte hat, die wir vielleicht kurz mal benennen möchten. Also es ist sehr schwarz-weiß zeichnend. Es ist halt wirklich, um einen Effekt zu erreichen, total auf die Spitze getrieben. Natürlich auch unter den Einwirkungen von Chernobyl. Insofern Zeitgeist, ja. Vielleicht ist es auch wirklich der Punkt des Vorbereitens gewesen, dass Gut und Pausewahn davon ausging, dass das in absehbarer Zeit wieder passieren würde. Wenn man so will, ist es ja auch in Fukushima wieder passiert. Und da sind ja auch Kinder betroffen gewesen, die möglicherweise noch so eine Geschichte erlebt haben. Schwierig. Und nebenbei finde ich diesen Kühlturm wirklich schön. Als bauliches Ding. Wir sind ja auch ein Architektur-Podcast. Und als Leistung menschlicher Schaffenskraft, den Punkt habe ich ja schon öfter gebracht, letztens in Dubai. Hat es was, auch wenn diese Treppe an der Seite hochgeht, da würde ich gerne mal hochlaufen. Und so ein Kühlturm ist ja auch erstmal nur ein Kühlturm. Die gibt es ja auch ohne Kernkraftwerke. Ja, man muss auch, glaube ich, einfach in der Lage sein, das eine vom anderen zu trennen. Also man kann ja jetzt nicht ein Stück Architektur dafür verantwortlich machen, was es erfüllt. Also das ist einfach ein extrem großes, sehr, ja, Industriedesign-technisch erschaffenes Gebäude. Also das einfach nur einem Zweck dienen soll. Und es ist halt sehr effektiv gebaut. Also diese konkabe Form von dem Ding, die Größe. Also ich zitiere ja immer wieder gerne den Inhaber vom Walsamer Hof in Duisburg, einem der berühmtesten Fischrestaurants Deutschlands, der mal irgendwann gesagt hat, als sie ihm das Ding vor die Nase gesetzt haben, also das Kraftwerk Walsum, den Kühlturm da, da hat er gesagt, ja, jetzt haben sie da diese Walräucherei hingebaut. Okay. Das kann man halt auch mit Humor nehmen. Aber ja, es steht halt für was. Und das ist natürlich was, das muss einem immer bewusst sein, aber man kann trotzdem auch einfach mal, ohne dass man sich dafür schämen muss, sagen, das ist schon irgendwie fatt was. Ja. Und gerade das hier, also so idyllisch gelegen, wie das jetzt hier einfach ist. Also wir sind ja immer noch im Weserbergland unterwegs. Die Hügelhänge hier, wo auch die Sonne gerade schön scheint. Wir haben einen fast klaren Himmel mit nur kleinen Wölkchen. Das gibt dem Ganzen jetzt auch so eine, also eigentlich ist das, was wir jetzt hier gerade haben, ist, glaube ich, so der beste Vertical Slice von der 60er Jahre Zukunftsvision, die man halt damals hatte. Von diesen retrofuturistischen Planstätten, die so in der Nähe von so einem Atomkraftwerk gebaut werden, wo dann halt saubere Energie und Kinder ohne Sorgen aufwachsen können. Und es wird alles in eine total saubere und schöne Zukunft irgendwie führen. Also, wenn man halt so davor steht und dieses riesige Ding sieht und dann den Menschen sagt, und das, was da oben übrigens rauskommt, ist einfach nur sauberer Wasserdampf. Mhm. Dann kann man das schon nachvollziehen, dass dann auch Leute gesagt haben, wow, ja, das ist die fucking Zukunft. Klar hat sich da keiner darüber Gedanken gemacht, dass dann ein Endlager nötig sein muss, um dieses ganze Zeugs irgendwie zu lagern, was uns halt Millionen von Jahren noch begleiten wird. Und letztendlich, das ist ja eigentlich das, also neben den GAU-Möglichkeiten, also dass das Ding in irgendeiner Weise halt undicht wird, explodiert, was auch immer, ist das natürlich das größte Problem, dass man nicht weiß, wohin mit diesem unfassbaren Müll. Also unfassbar im Sinne von nicht Menge, sondern im Sinne von, was es eigentlich für eine Auswirkung hat und wie, ja, ach, ich finde schon keine Worte mehr dafür. Ja. Ich hab's doch vorhin schon gedacht, bei der Anfahrt, ne, hier werden also auch Rüben angebaut, 100 Meter entfernt vom Reaktor, ne. Klar. Warum auch nicht. Ja. Haben wir was zum Mikrosievert-Messen dabei? Nö. Ich bin auch tatsächlich ein bisschen erstaunt, ob meiner Ruhe. Vielleicht liegt's auch daran, dass es jetzt einfach 37 Jahre gestanden hat und all die Befürchtungen haben sich bis heute nicht bewahrheitet hier. Und, äh, das eine Jahr schaffen wir auch noch. Weiß ich nicht. Ist ein interessantes Gefühl, aber nicht mehr dieses Beklemmende, als Kind hier lang dran, dran langzufahren und zu denken, jetzt lass uns bloß schnell weiterfahren. Nicht, dass es exakt jetzt gerade explodiert, wo wir hier dran langfahren. Genau. Wäre doof, wenn's ja trotzdem passiert. Aber... Halten die Speicherkarten eigentlich Strahlung aus? Ähm, ob wir Strahlung aushalten? Nee, die Speicherkarten, nicht wir. Ach so, wir sind nicht so wichtig wie die Speicherkarten. Je nachdem. Also, wenn wir sonst schon... Verstehe. ...hier verstrahlt werden, könnte man ja noch wenigstens mit Speicherkarten was anfangen. Ich würd sagen, wir gehen mal bis zum Tor, ne? Weiter nicht. Weiter wird auch schwierig. Dieses Tor sieht jetzt wirklich schon ein bisschen aus wie ein Dark, ne? Sieht so... Ja, es macht dir auf jeden Fall klar, dass du da bitte nicht rein sollst. Ja, ist aber auch nicht die Haupteinfahrt, ne? Das ist, glaub ich, vorne, längst von uns. Ach so. Aber wofür hat man dann speziell diese riesige Straße? Also, das wollte ich vorher noch sagen. Diese Straße ist, glaub ich, die alte Verbindungsstraße zwischen Gronendor und Emmertal. Und die haben einfach das Kraftwerk hier so einen Platsch auf die alte Straße gesetzt. Weil so vom Ortsausgangsschild her und der Struktur des Ortes dürfte es einfach die alte Verbindungsstraße sein. Ja, was interessant ist hier von der Lokalität her, ist, dass sie direkt nebenan die Windkraftanlagen stehen, ne? Wo man sich auch mal klar werden muss, dass da stehen jetzt hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Windanlagen. Und die sind natürlich schön und nachhaltig und alles. Und natürlich auch für manche Leute wiederum auch aufrege Grund, weil sie irgendwie Infraschall verursachen und Schattenbildung machen und die Landschaft verhunzen und keine Ahnung was. Aber die liefern halt einfach nicht so viel Strom wie das Ding hier. Und damit schlagen wir mal kurz die Brücke zu unserem Vorgespräch, was ja noch nicht aufgezeichnet wurde. Ich hatte mir auf der Hinfahrt halt auch mal Gedanken darüber gemacht. Man kann natürlich Atomkraft sehr einfach verurteilen, dass sie halt diese Probleme macht mit der Endlagerung und keine Ahnung was. Aber auch ähnlich wie man die Architektur trennen muss von dieser Diskussion, kann man vielleicht auch mal einen Teilaspekt heraustrennen, wenn man sich mal überlegt, wie wäre es denn gewesen, wenn wir als Menschheit mit unserem Energiebedarf halt bis zu dem Zeitpunkt, wo Wind- und Solarenergie so ausreichend, Sonnenenergie, Entschuldigung, so ausreichend zu nutzen gewesen wäre, wenn wir diesen Energiebedarf mit Kohle- und Ölkraftwerken gemacht hätten. Also wie wären wir denn jetzt bei der Umweltverschmutzung da? Also wenn all diese, weil so ein Atomkraftwerk liefert halt einfach verdammt viel Energie für seinen Platzbedarf. Und das ist auch was, finde ich, was man in die Diskussion streng genommen mit reinnehmen müsste. Weil wenn wir jetzt weitere 60 Jahre unseren Planeten mit dem Strombedarf, den wir nun mal haben, mit Kohle vollgetrofft hätten, dann ja, herzlichen Glückwunsch. Aber, und andererseits ist natürlich auch ein Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, wo wären wir vielleicht, wenn wir diesen Energiebedarf nicht hätten decken können? Also sprich, wenn nie, also wie viele Innovationen an Computern, an, ja, allgemein der Technologiewelt ist möglich, weil wir auch Strom in die entlegensten Gebiete der Erde bekommen haben, wo Serverfarmen aufgebaut werden konnten und sonst irgendwie was. Also das ist auch so eine Sache, wo ich mir die Frage stelle. Also wenn da jemand mich aufklären kann, sehr gerne, schreibt es in die Kommentare, meldet euch bei uns. Wo wären wir heute, wenn wir diese Energie nicht gehabt hätten? Und vielleicht wäre es dann gar nicht dazu gekommen, dass wir jetzt so auf der, dass wir auch als Menschheit auf der Kante stehen zu der Möglichkeit, dass wir es streng genommen alles mit nachhaltigen Energien eines Tages decken können. Ja. Und das ist ja immer noch so meine vorletzte Hoffnung irgendwie, dass wir es eines Tages dann vielleicht doch noch die Kurve kriegen, bevor alles zum Teufel geht. Aber Kurve, ja. Mit Blessuren wahrscheinlich Kurve. Und dazu brauchen wir ohne Frage Energie. Das ist, wie man es dreht, ist es so, ne? Ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Also es gibt halt gewisse Brückentechnologien, die für unseren Gesamtfortschritt wahrscheinlich nötig wären. Ich möchte nur jetzt nochmal, bevor jetzt jemand sich getriggert fühlt, klar machen, das war jetzt kein Plädoyer für pro Atomkraft. Also ich habe selber große Bedenken, was diese Strahlung und das alles betrifft. Aber ich finde, man sollte auch so einer Technologie gegenüber nicht komplett verurteilend sein und auch vielleicht mal zumindest betrachten, was halt eventuell als Brückentechnologie, als Zwischenlösung, als was auch immer notwendig ist, um eines Tages besser dazustehen. Und ob wir da gelandet wären, wenn wir das nicht gemacht hätten. Aber ja, das ist halt ein schwieriges Thema und es fiel mit Hätte-Hätte-Fahrradkette insofern. Ich finde es gerade ganz schön, mal kurz zuhören, wie wir heute Energie britzeln. Wir hören hier so einiges. Wir hören das Britzeln der Stromleitungen, wir hören Kühlung, wir hören Grinzirpen, wir hören das Wasserrauschen. Wenn wir mal kurz still sind. Wir hören den Reaktor reagieren. Ja, auf jeden Fall eine sehr gepflegte Anlage von hier. Also es sieht alles sehr gut aus. Also von der optischen Inspektion, schöne Eckensiegel machen wir drauf, optisch in Ordnung. Wir sind natürlich staatlich geprüfte Atomkraftwerk, Außenanlagen, Optikbewerter nicht. Wenn auch ihr euer persönliches Kraftwerk gerne bewertet haben möchtet, dann meldet euch bei uns. Ja. Wir machen das sehr gerne. Wir kennen uns aus, haben unsere Wissen aus Jugendromanen und Dystopienfilmen. Genau. Wir sind da sehr geprüft. Weil, das kann man nochmal ganz kurz einpflegen, die Serie Chernobyl, habt ihr vielleicht auch alle gesehen. Das Kraftwerk da sieht ja total scheiße aus. Alles runtergekommen, alles zugewachsen, das kann ja auch nicht funktionieren. Warum sieht das so aus? Weil es russisch ist? Nein, weil es 2020 in dem stillgelegten Kraftwerk gedreht wurde und ein stillgelegtes Kraftwerk sieht aus wie ein stillgelegtes Kraftwerk und nicht wie ein nagelneu gebautes Kraftwerk 1984 oder sowas. Das war übrigens gerade ein Scherz, weil das ist auch so ein Klischee irgendwie von, was russisch ist, muss immer so ein bisschen runtergekommen aussehen. Genau. Und das ist tatsächlich auch was man vielleicht auch kritisieren kann in der Serie. Denn Chernobyl war wirklich nagelneu. Das war Hightech. Und das war auch gute Technik, wenn man so will, auf russische Art. Aber das war nicht runtergekommen. Es war auch nicht schlecht gepflegt. Es war nicht rissig. Es war nicht modrig. Es gab keine Rohre, die nicht funktioniert haben, sondern das war schon auch gut. Ja. Ich meine, nur weil da nicht immer alles shiny und hochglanz war, so wie es halt bei den Amerikanern auf der Fall ist. Wer war nochmal zum Schluss in der Lage, Sachen zur ISS hochzuschießen? Ach ja, die Russen. Richtig, ja. Moment. Und das natürlich schon auch, klar, aus Kostengründen irgendwo auch. Aber damit machst du ja auch eine Aussage. Von wegen eh alles Schrott. Kann ja nicht funktionieren. Die Probleme lagen durchaus woanders. Klar wurde Geld gespart. Klar wurde, gab es Fehler, die nicht vernünftig behandelt wurden, was man hätte tun können. Sondern es gab ja Probleme in den Kommunikationsstrukturen, in Machtstrukturen und Abhängigkeiten und Ängsten vielleicht auch. Ja, das waren vor allem halt wieder mal, ne? Der Fehler Mensch war das Problem. Der Fehler Mensch, richtig. Weniger die Technik an sich. Genau. Es war nicht so, dass die Russen das nicht drauf gehabt hätten. Ganz im Gegenteil. Genau. Und es laufen ja auch heute noch weitere Reaktoren dieses Typs, die auch gegen diesen Fehler später dann auch noch gestählt wurden. Also der zumindest wurde auch behoben. Das ist ja möglich. Und... Ja, die Tragik war ja auch nicht... Also zum einen war die Tragik ja natürlich, wie es zu diesem Unfall gekommen ist. Das kann man in der Serie halt sehr detailliert sich nachgucken. Sollte man, sollte aber auf jeden Fall nicht vergessen, dass man sich danach auch nochmal ein paar Artikel dazu durchliest. Ja. Das ist durchaus etwas gestreamlinet und an einigen Stellen ein bisschen zeitlich komprimiert. Na, mindestens dramatisiert für den Film. Und dramatisiert natürlich für die Serie. Aber den Effekt, der ist halt da. Das, ne? Zu verstehen, dass halt vor allem das menschliches Versagen war. Aber die Tragik, die wirkliche Tragik, die das Ding halt immer schlimmer gemacht hat von der Wahrnehmung, war halt natürlich auch, was dann versucht wurde, um es zu beheben. Dass da Menschen irgendwie dann mit einer Schippe Sand jeweils dann auf den Reaktordeckel geschickt wurden und so, hier Schüpp mal drauf. Also der Wahnsinn hat ja nicht aufgehört in dem Moment, wo es passiert war. Also das ist schon ein Stück Menschheitsgeschichte, das man auch nicht vergessen darf. Und wo einem halt auch klar wird, welchen Preis man zu zahlen hat, wenn man sich halt solchen Technologien eröffnet. Also das meinte ich eben mit, bei all dem, wo ich sage, manche Sachen muss man aus dem Gesamtthema raustrennen, heißt es nicht, dass man es vergessen darf, was die Risiken davon sind. Ja. Ja, wir laufen jetzt zurück auf das Dorf Grunde zu. Das ist doch schon einmal so der Blinkfliegel aus so einem Dorf. Da wird ja einfach so aufs Feld eine Riesenanlage gesetzt und du hast auch kaum Nötigkeit, das in irgendeiner Form zu beeinflussen und zu entscheiden. Und musst dann einfach damit leben. Das ist halt schon irgendwie auch so ein Aspekt, den man vielleicht nochmal kurz hervorholen kann. weil irgendwie Menschheit so beschließt, andere Menschen beschließen, ja, wir machen das, das ist eine gute Sache. Hast du halt dann plötzlich 40 Jahre lang das genau vor dem Fenster stehen. ne. Und gleichzeitig auch nochmal, ja, Imageschaden weiß ich nicht genau, aber ob das jetzt hier die Immobilienpreise irgendwie gestiegen, hat es steigen lassen, ob das dem vielleicht netten Dorf für Tourismus oder andere Besucher einen guten Ruf nach sich zieht, glaube ich ja eher nicht. Also das ist irgendwo… Ja, gibt immer Leute, denen das egal ist, klar. Aber witzig, dass man sie entsprechend auch oft nach den Orten benennt, die da neben sind, ne. Man könnte es auch sagen, Kernkraftwerk Weser. Du meinst Kernkraftwerk Emsland? Ja, da ist es ein gutes Beispiel. Es gibt ja auch das Vorgängermodell Lingen. Vielleicht ist das genau da passiert. Ja. Man hätte es ja einfach Lingen 2 nennen können oder so. Ja. Vielleicht hat man nicht da überlegt, dass das politisch eine ganz gute Idee ist, es nicht so sehr mit der Örtlichkeit irgendwie in Verbindung zu bringen, um die Leute nicht zu absetten, ne. Ja. Es ist halt blöd, wenn man dann irgendwann das Kraftwerk-Song schafft, ne. So. Es ist ein schwieriges Thema. Aber vielleicht ist es halt auch die, um zumindest jetzt mal diese Technologie-Frage abzuschließen, vielleicht ist es aber auch das Kernkraftwerk an sich so das größte Mahnmal für eine Mischung aus menschlicher Erfindungsgeist. So, man gibt ja diesen geflügelten Satz mit, der Mensch hat das Atom bezwungen. Ne. Das ist ja auch so ein Ding, was man mit Kernkraftwerken in Verbindung bringt. Und da ist ja auch schon wieder irgendwo was dran. Es ist technologisch total faszinierend, was da irgendwie für Leistungen erbracht wurden, woraus man irgendwie Energie machen kann. Aber es ist gleichzeitig halt auch sowohl für diesen technischen Erfindungsgeist, wie auch für das Risiko, was wir bereit sind, um in die Zukunft zu kommen, um schnell in die Zukunft zu kommen vor allem. Es ist halt ein Mahnmal dafür. Also das ist auch so eine Gigantomanie des generellen Problems der Menschheit im Sinne von, wir wollen alles immer schnell, schnell. Ja. Und vielleicht ist es einfach insgesamt besser, wenn wir die 100 Jahre, nein, das ist zu viel, wenn wir die durchschnittliche Lebenserwartung von 75 bis 85 Jahren irgendwie etwas langsamer begreift und sagt, okay, wir gehen alles mal ein bisschen langsamer an. Und vielleicht war Atomkraft doch nicht so die beste Idee. Und es zählt, glaube ich, auf viele Technologien, dass man sie nicht so schnell rushen sollte. Ja. Damit will ich nicht sagen, dass es überhastet ist im Sinne von, es ist schlecht gemacht, sondern man hat eben nicht, aber ja, vielleicht muss man auch erstmal genug Fehler machen, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Also, spielt daran, was ich eben sagte. Sicherlich, sicherlich. Also, ohne die Dinger zu bauen, hätten wir einfach das Wissen nicht. Und was immer auch uns das für die Zukunft wiederum als Grundlage bringt, auch positiv. Ich muss gerade noch so denken, diese Kernkraftwerke war ja auch, glaube ich, noch, vielleicht waren sie die letzten Zeichen aller Zeit, wo man einfach alles, was ich vorhin schon kurz gesagt habe, machen konnte. Also, Anlagen für Milliarden von Dollars, von Euros bauen. Es gibt einfach keine wirklichen Grenzen, was weiß ich, dann Transrapid. Und danach ist eigentlich nichts mehr passiert, wo man quasi unbegrenzt nach vorn geschaut hat. Und einfach, also Großprojekte sind mittlerweile da eigentlich vielleicht mal Flughäfen oder Hochhäuser. Aber es hat sich vielleicht auf eine Art und Weise auch schon wieder etwas reduziert, was auch vielleicht ganz gut ist, auf eine andere Art und Weise nicht. Da habe ich aber eine ganz andere Wahrnehmung, muss ich sagen. Also, allein, wenn ich mir Dubai angucke, das ist auch so... Ich spreche jetzt vor allem von Technologie, ne? Ach so, okay. Ja, die Revolution finden im kleineren Start, ne? Also, jetzt sind es halt Smartphones und vielleicht ist halt die ganze Akkudiskussion im Moment so eines von diesen Sachen, wo man vielleicht mehr jetzt akzeptiert, dass es eine Brückentechnologie ist, bis wir bessere Rohstoffe gefunden haben, um bessere Akkus zu bauen, die dann nicht Menschen ausbeuten und Landstriche veröden. Ja. Aber es ist halt einfach eine Notwendigkeit, um Mobilität zu erzeugen, die dann wiederum ein anderes Problem bekämpft, was gerade das Schlimmere ist. Ich zeichne ja immer wieder dieses Bild von... Wenn das Haus brennt und der Floccati deine einzige Möglichkeit ist, es zu löschen, ist es vielleicht das geringere Übel. Ja. Wir sind nun fast am Ende von Jana Berthas Geschichte. Durch die Strahlung während des Unglücks hat sie ihre Haare verloren. Neben Uli sind leider inzwischen auch ihre Eltern im Chaos der Evakuierung ums Leben gekommen. Nur ihre Großeltern, fernab der Katastrophe, haben auf Mallorca während eines Urlaubs überlebt und sind nun nach Hause zurückgekehrt. Jana Bertha betritt nun ihr altes Heim. Sie lauschte mit vorgeregtem Kopf. Aber nichts rührte sich. Kein Knarr an der Tür, die das Treppenhaus von der Wohnung trennte, kein Tack-Tack von Mutis Absetzen, kein Trippeln von Kinderfüßen war zu hören. Und es roch nicht nach Pfeifenrauch, sondern nach abgestandener Luft. Jana Bertha setzte sich auf die Treppe und stützte den Kopf in die Hände. Aber da waren doch Geräusche! Langsam tappten die Schritte aus dem Oberstock die Treppe herab, wo Oma Bertha und Opa Hans-Georg ihre Wohnung hatten. Die Schritte von Opa? Unverwechselbar. Jetzt hörte sie sogar sein Räuspern. Ist da wer? rief er herunter. Sie fuhr herum, riss die weiße, bauschige Mütze aus der Jute-Tasche und zog sie sich über den kahlen Kopf. Dann trat sie vor. Ich bin's, sagte sie. Er beugte sich übers Treppengeländer. Sie erkannte sein langes, schmales, glatt rasiertes Gesicht mit den Tränensäcken und der grauen Strähne, die ihm immer in die Stirn fiel. Seine Augen waren schon lange nicht mehr sehr gut. Er brauchte eine Weile, um sie zu erkennen. Aber als er begriff, geriet er außer sich. Großer Gott! Jana Bertha, bist du's? rief er. Kam ihr zwei Stufen entgegen, kehrte dann wieder um und rief hinauf. Bertha, komm schnell! Jana ist da! Noch bevor er Jana Bertha erreicht hatte, öffnete sich im Oberstock die Wohnungstür. Trippelnde Schritte. Oma Bertha erschien. Erst ihre Hand am Geländer, dann ihr Kopf, der sich darüber beugte. Und schon hastete sie die Treppe herunter. Ach, Janchen! Ach, Janchen! rief sie. Dass du schon gekommen bist! Was für eine Überraschung! Opa Hans Georg erreichte Jana Bertha zuerst. Er drückte sie an sich und küsste sie auf beide Wangen. Sie hielt die Mütze fest, die zu rutschen drohte. Wie schmal du geworden bist, sagte Oma Bertha und tätschelte ihr die Wange. Kein Wunder, nach all der Aufregung. Nun wollen wir dich aber schnell herausfüttern. Jana Bertha schien es, als träumte sie. Langsam stieg sie die Treppe hinauf. Hinter ihr gingen Oma und Opa. Oma Bertha hatte sich bei Opa Hans Georg eingehängt. So war sie schon immer die Treppe hinaufgegangen, solange sich Jana Bertha erinnern konnte. Und aus der offenen Wohnungstür duftete es nach Kaffee. So, wie es hier schon immer um diese Tageszeit geduftet hatte. Du musst entschuldigen, keuchte Oma Bertha, dass wir noch nicht alles sauber gemacht haben. Zum Beispiel das Gästezimmer und Opas Arbeitszimmer. Wir sind ja heute erst den dritten Tag hier. Du glaubst nicht, wie schmutzig alles war. Alles verstaubt. Und was für ein Geruch in der Wohnung. Ja, wir waren ja mit die Ersten, die hier in Schlitz wieder eingezogen sind, sagte Opa Hans Georg. Wir hatten ja auf Mallorca schon erfahren, dass die Sperrzone 3 am 1. Oktober aufgehoben werden sollte. Da war es mit unserer Geduld vorbei. Weißt du, wir hatten Mallorca so satt, unterbrach ihn Oma Bertha. Und dann hatten wir Sorge um unsere Wohnung hier. Es ist ja alles ein bisschen aus der Fassung geraten durch die unglückselige Geschichte in Grafenreinfeld, fuhr Opa Hans Georg lächelnd fort. Vielleicht auch die Moral, nicht wahr? Jedenfalls waren wir beide der Meinung, dass wir auf unsere Sachen hier besser selber aufpassen sollten, anstatt alles der Polizei zu überlassen. Ich glaube, wir können auf dem Balkon Kaffee trinken. Die Sonne ist herausgekommen. Um diese Jahreszeit heizt sie schon alles schnell auf, sagte Oma Bertha. Die Oma hat sogar Kuchen gebacken, verkündete Hans Georg. Dafür war er schon im Garten zugange, sagte Oma. Er hat sie auch gar nicht abwarten können. Die Treppe war fast zugewachsen. Das hättest du sehen sollen. Das Gebüsch hatte sich ganz ungeniert ausgebreitet. Und hinterm Haus die Beete. Unbeschreiblich. Während Opa Hans Georg die Stühle zurecht rückte und ein altvertrautes Tischtuch ausbreitete, stand Jana Bertha am Balkongeländer und schaute hinunter auf die Stadt. Die lag still in der Sonne. Ein paar Fußgänger, ab und zu ein Wagen. Das war alles. Die Straßen waren gesprengelt von braunem Laub, das niemand weggefickt hatte. Die herbstlichen Bäume schimmerten in der Sonne. Viele waren schon kahl. Damals, an diesem Tag, begann sie langsam. Psst, unterbrach sie Oma Bertha und machte eine ängstliche, abwehrende Handbewegung. Ich will nichts hören. Bitte. Ich will nicht an all das erinnert sein. Seien wir froh, dass alles noch gut ausgegangen ist. Vom Frankfurter Flughafen aus, sagte Opa, haben wir Helga angerufen. Wir haben erfahren, dass es allen gut geht. Sie können alle bald entlassen werden. Jana Bertha atmete tief durch. Sie sah Oma an. Die lächelte so zärtlich, so zufrieden zurück. Ja, sagte Jana Bertha ruhig. Und sie war sich einen Augenblick lang ganz sicher, dass sie nicht log. Es geht ihnen allen gut. Sehr gut. Nun, dann ist ja alles in Ordnung, sagte Opa Hans Georg, ließ sich am Kopfende des Kaffeetisches nieder und lehnte sich zurück. Wir werden sie sicher bald wiedersehen. Die Jungen werden ordentlich gewachsen sein. Aber einen Gruß hätten sie wirklich nach Mallorca schicken können. So krank ist man nicht, dass man nicht wenigstens eine Karte schreiben kann. Du vergisst den Schock, sagte Oma Bertha milde. Es muss ja hier ziemlich drunter und drüber gegangen sein. Sie machte eine Pause, dann fügte sie hastig hinzu. Hat man denn auch ahnen können, dass diese Atommeiler so gefährlich sind? Opa Hans Georg wollte etwas sagen, aber Jana Bertha konnte nicht warten. Haben es euch Mutti und Vati nicht oft genug gesagt? fragte sie und beugte sich vor, gespannt auf Omas Antwort. Ich bin der Meinung, begann Opa Hans Georg und hob die Hand zu einer großen Geste. Nein, Hans Georg, unterbrach ihn Oma Bertha, lass uns erst Kaffee trinken. Setz dich doch, Kind. Sie lächelte über ihr ganzes Liebesgesicht. Wer hätte gedacht, dass wir heute zu dritt Kaffee trinken würden? Sie kicherte. Sie beugte sich über Jana Berthas Tasse und schenkte ihr Kakao ein. Jana Bertha setzte sich auf die Stuhlkante, bereit, jeden Augenblick aufzuspringen. Aber jetzt sag mir doch mal bloß, Kind, warum ihr Koko nicht mitgenommen habt. Jana Bertha merkte, wie sich Opa Mühe gab, seine Stimme nicht zu vorwurfsvoll klingen zu lassen. Als wir herkamen, fanden wir das arme Tier verhungert im Käfig. Wenn ihr es wenigstens freigelassen hättet, wie genau konnte das nur passieren? Wir haben ihn vergessen, Opa, sagte Jana Bertha. Vergessen? riefen Oma und Opa wie aus einem Mund und starrten Jana Bertha bestürzt an. Ich habe geweint, als ich ihn fand, seufzte Oma Bertha. Jana Bertha blieb stumm. Nun ja, sagte Opa Hans Georg versöhnlich. Wir wollen uns diesen schönen Nachmittag nicht mit Vorwürfen verderben. Schwamm drüber. Eine Pause entstand. Jana Bertha starrte auf die Blümchen der Kaffeedecke und dachte an Uli. Leise klingelten die Kaffeelöffel in den feinen Porzellantassen. Eine Wespe kreiste über ihrem Kuchen. Nimm doch die Mütze ab, Kind, sagte Opa Hans Georg. Jana Bertha schüttelte den Kopf. Sie langte nach einem Stück Kuchen. Sie hatte an diesem Tag noch nichts gegessen. Nicht einmal gefrühstückt. Sie stopfte. Ein Stück gute alte Zeit. Garantiert verseucht. Sie versuchte gar nicht daran zu denken. Die Mütze, Jannchen, die Mütze, erinnerte sie Opa Hans Georg. Du hast sie noch immer auf dem Kopf. Lass sie doch, sagte Oma Bertha. Und dann zu Jana Bertha. Sicher hast du sie selber gestrickt und bist stolz auf sie. Ich finde sie auch wirklich wunderschön. Du auch, nicht wahr, Hans Georg? Mich stört die Farbe. Von Weitem könnte man meinen, das Kind sei eine alte Dame mit weißen Haaren. Zumal sie ja ihr eigenes Haar ganz und gar darunter versteckt hat. Oma Bertha legte die Hand auf Jana Berthas Arm und sagte mit einer eigensinnigen Kopfbewegung. Mir gefällt sie. Und gerade die Farbe finde ich zauberhaft. Außerdem… Sie beugte sich wieder zu Opa Hans Georg hinüber. Vergeß nicht, dass das Kind eine Menge Aufregung hinter sich hat. Allerdings, sagte Opa Hans Georg und setzte geräuschvoll seine Tasse ab. Viel so viel Aufregung. Unnötige Aufregung. Deutsche Hysterie. Wir sind hier 90, 100 Kilometer von Grafenreinfeld entfernt. Und auch in puren Verdacht hin steucht man gleich die gesamte Bevölkerung weg. Wegen eines Verdachts legt man Fabriken still, lässt man das Vieh krepieren und die Ernte verkommen. Mir ist das einfach unverständlich. Es hätte doch genügt, wenn man Schwangere und Kinder für ein oder zwei Wochen evakuiert hätte. So wie es die Russen damals auch gemacht haben. Das muss man denen lassen. Die haben nach diesem Tschernobyl gezeigt, wie man solche Dinge in den Griff bekommt. Jana Bertha öffnete den Mund. Aber Oma Bertha kam ihr zuvor. Aber Hans Georg, sagte sie, es heißt doch, bei der Katastrophe in Grafenreinfeld sei neunmal so viel Radioaktivität ausgetreten wie in Tschernobyl. Sie hob, wie immer, ihre Tasse mit abgespreiztem kleinen Finger und trank genüsslich. Uns kann man viel erzählen, sagte Opa Hans Georg finster. Denk doch nur daran, was für eine Hysterie hier nach Tschernobyl ausgebrochen ist. Und wenn man mich fragt, dann sind es heute wieder dieselben, denen die Katastrophe gar nicht groß genug sein kann. Kernkraftgegner, Weltverbesserer, das ganze grüne Gesocks, das uns zurückschicken will in die Steinzeit. Aber in der Zeitung war doch von so vielen Toten die Rede, sagte Oma Bertha zu Hans Georg. Hast du sie gesehen? antwortete er mürrisch. Natürlich, im Kernkraftwerk und drumherum und dann dieses Verkehrschaos. Sie schrieben, es waren 18.000, sagte Oma Bertha. Opa Hans Georg winkte ärgerlich ab. Ich will euch sagen, worauf es ankommt, dozierte er wie vor einer vielköpfigen Zuhörerschaft. Es kommt darauf an, dass solche Zwischenfälle vor der Presse abgeschottet werden. Dann käme so eine Hysterie gar nicht erst auf und man wäre von diesem an die große Glocke hängen und vor jeder Übertreibung sicher. Heutzutage wird viel zu viel aufgeklärt. Wozu muss Lieschen Müller über das Innere des Reaktors Bescheid wissen, über Rem und Becquerel? Am Ende versteht sie ja auch nichts. Wozu muss alle Welt die Anzahl unserer Toten erfahren? Durch dieses Großstadt-Katastrophen-Märchen wird unser Ansehen im Ausland unnötig geschädigt. Ich sage nur so viel. Es hat in diesem Land Politiker gegeben, die hätten die ganze Sache so diskret gehandhabt, dass schon hier in Schlitz dieser Zwischenfall gar nicht bemerkt worden wäre. Und kein Pressemensch hätte es gewagt, in dieser Sache herumzuschnüffeln. Oma Bertha nickte zustimmend. Da zog Jana Bertha die Mütze vom Kopf und begann zu sprechen. Ja, wenn wir zwischendurch wieder mal was aus dem Roman gehört, sind jetzt glaube ich auch langsam mit durch. Das lassen wir auch vor allen Dingen einfach mal so stehen. Auch mal als Erinnerung daran, wie Zeitgeist und Blick auf das Thema waren. Und ja, machen wir hier vielleicht so langsam den Sack zu, oder? Ich weiß nicht, ob wir noch Themen vergessen haben. Es gäbe sicherlich viele Details, aber im Großen und Ganzen ist es interessant, was so ein Ort, wenn man ihn dann auch wirklich besucht und erlebt, an Erinnerungen, Emotionen und Wahrnehmung auslöst. Das ist ja auch Teil dieses Podcasts. Und ihr wisst, dass schöne Ecken nicht unbedingt bedeutet, dass wir ausschließlich Reisetipps geben. Das Kernkraftwerk Grunde mal kurz zu Fuß anzulaufen ist jetzt nicht zwingend ein Reisetipp. Auch wenn es durchaus interessant ist. Ihr müsst tatsächlich ein paar Mal an unsere Transrapid-Folge denken, die ja dann noch deutlich weiter schon über ihren Zenit ist, die Technik. Das war ja auch so ein Gehen von technologischer Höchstleistung ehemals. Von dem Versuch, ja. Ja, von dem Versuch. In diesem Fall nur der Versuch. Kernkraft hat zumindest Strom erzeugt. Gut. Ja, wir versuchen ja immer wieder eine kleine persönliche Note da reinzubringen. Und das war jetzt eben ja dein Wunsch, das mal zu thematisieren, weil es dich ja da doch in deiner Kindheit, Jugend in irgendeiner Weise überschattet hat, möchte ich jetzt fast sagen. Überstrahlt hat es das ja. Insofern, ja. Und zwar sowohl zeitgeisttechnisch als auch regional. Also das war ja beides mit drin. Deswegen ja auch diese Wieserbergland-Tour mit vielen Erinnerungen. Inwieweit die Folge aus Hameln gehört haben. Erinnerst du dich denn nachher an irgendetwas, was das Ganze vielleicht besser gemacht hat? Also wurden die Strompreise günstiger oder konntet ihr den Fernseher länger laufen lassen? Ich weiß ja nicht. Wir hatten irgendwann Farbfernseher. Vorher nicht. Gab es vielleicht vorher Stromausfälle oder irgendwas? Bei Tschernobyl hatten wir noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Danach gab es einen Farb... Nee, gar nichts. Also es war einfach... Es ist einfach passiert und ohne größere Auswirkungen. Außer in den Regionen bedeutet so ein Kernkraftwerk ja auch Arbeitsplätze, in gewisser Weise Wachstum. Also es wurde oft auch gesagt, die Gemeinde Elmertal, wir haben heute Morgen da Frühstück eingenommen, wäre sehr reich. Weil das Kernkraftwerk unglaublich viel, was das Gewerbesteuer abwirft. Ja, natürlich halt. Und... Wobei es jetzt nicht so aussah, als wäre es super reich gewesen, sondern es war ja ein bisschen schäppig. Ja gut, reich ist man ja nicht, wenn man es ausgegeben hat. Vielleicht haben sie es einfach gespart für die Zeit danach. Oder irgendwo investiert und verloren. Ja gut, aber Energie scheint ja durchaus für die Gemeinde Thema zu sein, weil hier stehen ja die Windräder. Also wir haben ja schon in der Zeit bekannt. Ja, in alle Richtungen sichtbar. Da haben wir eigentlich schon gesagt, dass das jetzt in einem Jahr abgeschaltet werden soll. Also wir sind im Jahr 2020. Ende 2021 soll es abgeschaltet werden. Und genau, wir sind jetzt... Das war jetzt quasi die letzte Ehre erweisen. Danke für den Strom, den du uns gegeben hast. Ja. Danke, Krone. Nee, eigentlich war es ja nicht Krone, es war das Ding daneben. Jetzt kannst du begehen, du hast deine Schuldigkeit getan. Es hat auch ein beruhigendes, befriedigendes, positives Gefühl für mich. Dass ich es wahrscheinlich überlebt haben werde dann nächstes Jahr, ne? Also das Kraftwerk. Die aktive Zeit. Doch, das hat dich an der Zeit deines Lebens begleitet und jetzt erlebst du, wie es in die ewigen Jagdgründe eingeht. Naja, der Rückbau wird wohl noch so 20 Jahre dauern. Aber das kann man ja nicht vorstellen, wie macht man sowas eigentlich? Also da ist ja... Das empfindet an, eine Schraube dreht sie raus, guckt, ist die verstrahlt und so weiter, ne? Ja, also genau so stelle ich es mir vor. Leider ist es so... Je weiter du quasi zum Kern des Kernkraftwerks, also zum eigentlichen Reaktor vordringst, wo die Brennstäbe halt sind, desto mehr hast du ja eigentlich verstrahltes Material, was ja dann auch irgendwo hin muss. Also wir sprechen ja hier eigentlich nicht nur von der Entlagerung der eigentlichen Brennstäbe, sondern auch der Reaktor muss ja in irgendeiner Weise irgendwo entgelagert werden. Weil die Rohstoffe darauf, die sind ja auch, weiß ich nicht, wie lange die noch aktiv sind. Lange. Wenn ich überlege, nahe meiner Heimat Langenfeld, gibt es ja in der Nähe des Camparks von Bayer, gibt es so ein Gebiet, da ist auch Atommüll irgendwie mal oder auf jeden Fall ist es irgendwie radioaktiv, das Gelände. Und da ist irgendwie zu mitrechnen, dass es irgendwie mehrere tausend Jahre dauert, bis auf dem Gelände irgendwie Wohnhäuser oder irgendwas gebaut werden darf. Die Frage ist, ob das überhaupt erlebt, also ob das die Menschheit an sich überhaupt erlebt, dass man in tausend Jahren auf irgendetwas... Wobei das ist auch immer so ein schöner Hoffnungsfunk, dass man dann nicht sagt, ach komm, das ist doch eh egal. Dass überhaupt jemand in Erwägung zieht, dass in tausend Jahren da Wohnhäuser gebaut werden können. Also in Würgassen ist der Reaktor weg und da ist effektiv, wahrscheinlich ist da eine Betonfläche oder sowas, aber man kann da wieder hingehen, das finde ich schon allein sehr beeindruckend, dass das dann auch geht. Natürlich ist das Zeug nicht weg, das liegt wahrscheinlich sogar noch da vor Ort rum, unsicher. Aber es ist zumindest möglich, das einen kleinen Teil zu zerlegen, zu verpacken und dann zumindest weg zu transportieren. Aber trägt man dann irgendwie auch so einen Kilometer Erdreich ab oder wie läuft das? Das kann sein. Ich weiß es ja nicht. Also Kilometer nicht, nee. Im Falle von Tschernobyl, gut, da ist es ja geleckt. Ist doch fast eine Hundesigkeit. Also insofern, das kann man jetzt nicht mit einem normalen Rückbau eines nie durch einen Fehler gelaufenen Kraftwerksverurteilungen. Aber ich finde auch die Worte, die halt dann gewählt werden. So, man spricht ja beim Kernkraftwerk da in Tschernobyl gerne von dem Sarkophag, der da gegossen wurde, um dieses Ding einzuschließen, weil man es halt nicht abtransportieren konnte, so wie es halt nun mal war. Und allein der Name ist ja schon bewusst gewählt. Ein Sarkophag kommt halt von alten Kulturen her, die ihre Verstorbenen irgendwie für Tausende von Jahre konservieren wollten, beziehungsweise der Nachwelt halt erhalten wollten. Und jetzt nutzt man das Wort halt, um klar zu machen, hier muss etwas versiegelt werden, was auch noch hunderte von Generationen nach uns beschäftigen wird. Und da finde ich ja auch, ich glaube, wir hatten es schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, finde ich ja aus einem gestalterischen Aspekt auch sehr interessant, dass da Bestrebungen sind, eine Kommunikation zu finden, die klar macht, hier Atommüll, hier nicht buddeln, hier nicht hingehen. Ja, das hatten wir auch schon mal. Das hatten wir schon mal, also wer sich nicht mehr erinnert, es gibt ja in der Gestaltung das Problem, dass man nicht davon ausgehen kann, dass in der Zeit, die das Ganze halt noch problematisch sein wird, also wir sprechen hier von Tausenden bis Millionen von Jahren, dass unsere jetzige Sprache und unsere jetzige Symbolik noch in irgendeiner Weise verstanden wird. Also sei es jetzt, dass irgendwelche nachfolgenden Lebewesen, die sich entwickeln, irgendwann diesen Planeten übernehmen. Also so weit wird da gedacht. Und dann muss man halt eine Symbolik finden, die nicht auf Schriftzeichen basiert, die halt erstmal entziffert werden müssten. Oh, eine abgesperrte Tür, da ist vielleicht ein Schatz dahinter. Genau. Wo halt irgendwie etwas drauf gemalt wird, das klar macht, hier lauert nichts weiter als absolutes Verderben und der Tod. Und ich meine, das haben auch die Ägypter versucht. Das haben auch die Inka versucht. Und das hat bei uns auch nicht funktioniert. Wie gut, dass in den Pyramiden nicht radioaktiver Abfall war, glaube ich. Wer weiß. Wer weiß. Also der Flug des Pharaos gibt sehr interessante Dokumentationen darüber, dass das halt vor allem irgendwelche Bakterien, Schimmelpilze, was auch immer waren. Klar, die werden damals dann nicht bewusst eingeschlossen worden sein. Aber wer weiß, was dann in Millionen von Jahren darüber erzählt wird. Ja, wir haben da so eine, wir haben da von einer längst untergegangenen Zivilisation, haben wir da so eine Höhle entdeckt. Da waren Fässer drin und wir sind alle krank geworden. Also, ist schon hart alles. Ich fand doch gerade die Ferienwohnung schön. Die heißt zwar nicht so, aber man könnte sie in den Ferienwohnungen Kernkraftwerksblick. Das wäre für uns die optimale Nachtgelegenheit gewesen. Naja. Ja, würde ich sagen, machen wir mal einen Sack zu. Also, ich hatte noch einen Gedanken gerade, aber der ist jetzt auch weg. Hat doch einen vielleicht noch. Ich fand, es ist auch interessant, dass man das Wort Rückbau verwendet und nicht Abbau. Um zweifelsweise noch sagen zu können, ja, es ist zwar rückgebaut, aber da ist noch was. Aber das noch als letzter Gedanke. Ja, wir sind gleich wieder auch zurück im Ortskern. Neben uns der Friedhof. Hat auch einen Kernkraftwerksblick, schön. Und damit würde ich sagen, werden wir die Folge und auch ganz abschließend unsere Tour. Mittlerweile dürfte es Winter sein und wir gucken mal, was für euch noch zu präsentieren. Wir haben noch ein paar schöne Gespräche, vielleicht mit spannenden Menschen geplant und vielleicht auch noch ein paar virtuelle Reisen. Da gibt es auch noch Möglichkeiten. Ja, bleibt dabei. Macht uns eine schöne Bewertung bei iTunes. Meldet euch bei uns, wenn ihr Kommentare und Anregungen habt. Sind uns Geschenke. Spendet gerne was auf schöne-eck.de. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.